Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Aufgrund der kontinuierlichen Belastungen stehen unsere Entgiftungsorgane unter Dauerfeuer und leider geben wir ihnen auch selten ausreichend viel Zeit, sich wieder zu erholen, damit sie eben nicht eines Tages versagen. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum immer häufiger auch junge Menschen chronisch krank werden und plötzlich Kinder an Typ 1 Diabetes erkranken. Ist das die Normalität des 21. Jahrhunderts? Ein Zustand, mit dem wir uns anfreunden müssen? Oder haben wir bei all diesen modernen Errungenschaften die Natürlichkeit sowie die Empfindlichkeit lebender Systeme aus den Augen verloren? Manchmal denke ich jedenfalls, dass wir glauben, der Mensch sei unendlich belastbar und unbegrenzt flexibel. An sechs Tagen in der Woche 16 Stunden arbeiten, zwei bis drei Stunden die Familie versorgen und dann eben mal noch schnell ein paar Stündchen schlafen, um sofort wieder top einsatzbereit zu sein und maximale Leistung zu bringen. Das Ganze bitte bis zum 70. Lebensjahr und dann ab ins Pflegeheim? Das hatte ich mir persönlich jedenfalls nicht so ausgemalt und bin mir auch ziemlich sicher, dass sich die Natur das mal ganz anders gedacht hat, als sie unseren wunderbaren Planeten hat entstehen lassen. Und wären unsere Organe nicht so unendlich belastbar und mit einer schier unglaublichen Regenerationsfähigkeit ausgestattet, dann läge die durchschnittliche Lebenserwartung vermutlich nur noch bei 45 bis 50 anstatt bei 75 bis 80 Jahren. Naja, obwohl die neuesten Untersuchungen ja bereits zeigen, dass die heutige Generation aller Wahrscheinlichkeit nach von ihren Eltern überlebt werden wird, wenn sie nicht gut auf sich und ihre Gesundheit achtet. Für mich steht jedenfalls fest, dass die Umweltfaktoren Ernährung, Trinkwasser, Kosmetik, Medikamente sowie Wohn- und Umweltgifte wesentlich daran beteiligt sind, dass wir immer häufiger krank werden und dass eine symptomorientierte Schulmedizin nicht dem geringsten verstanden hat, was nötig wäre, um dem zu begegnen. Auf Stress, mangelnde Selbstbestimmung und Schlafmangel will ich erst gar nicht eingehen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als selbst tätig zu werden und unsere Organe zu entlasten. Dazu ist es aber notwendig zu verstehen, welche verschiedenen Phasen eine Entgiftung durchlaufen muss, damit am Ende auch wirklich eine Besserung eintritt. Diese einzelnen Phasen laufen in einem gesunden Körper ganz von alleine ab und wenn wir unterstützend eingreifen wollen, müssen wir verstehen, was da abläuft. Phase 1 – Die Biotransformation Im ersten Schritt werden die vorhandenen Gifte über verschiedene enzymatische Prozesse zerlegt bzw. in eine Form gebracht, in der sie möglichst schnell und ohne weitere Schäden zu verursachen aus dem Körper entfernt werden können. Im Zuge dieser Biotransformation entstehen auch schon mal Toxine, die noch giftiger sind als ihre ursprünglichen Komplexe. Daher muss nun relativ schnell Phase 2 eingeleitet werden, bei der die Gifte gebunden und für verschiedene Ausscheidungsprozesse vorbereitet werden. Phase 2 – Die Konjugation In dieser Phase werden nun an die Moleküle andere Gruppen angehängt, um die Toxine wasserlöslich zu machen. Meist sind das Schwefel-, Methyl-, Acetyl- oder Glucoronsäuregruppen. Die nun wasserlöslich gemachten Stoffe aus den Phasen 1 und 2 werden in den meisten Fällen über die Nieren an den Urin weitergegeben und ausgeschieden. Die nun noch verbleibenden Giftstoffe müssen unter Mitwirkung der Galle über den Darm ausgeschieden werden. Phase 3 – Die Ausscheidung In der finalen Phase 3 werden die noch unlöslichen Stoffe mit Gallensäuren gelöst und an den Darm abgegeben, damit sie gemeinsam mit dem Stuhl ausgeschieden werden können. Dafür ist ein gesunder Darm jedoch absolut notwendig, da es zum Beispiel aufgrund eines Leaky Guts oder einer trägen Verdauung, zum Beispiel eine Verstopfung, zu einer Rückvergiftung kommen kann. Meine Tipps für eine gute Entgiftungsleistung Enzymreiche Nahrung, also Rohkost und grüne Säfte, ausreichend B-Vitamine, gute Versorgung mit Mineralstoffen und Elektrolyten, eine ausreichende Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, Eier liefern zum Beispiel Cholin, Weidefleisch und Fisch liefert Methionin. Kombucha unterstützt die Phase 2, da er viel Glucoronsäure enthält. Mineralerde, Cassia fistula sowie Algen und Pektine sind sehr effektive Hilfsmittel, um die Giftstoffe des Darms zu binden und auszuleiten. Nahrungsergänzungsmittel können in allen drei Phasen eine optimale Unterstützung sein, zum Beispiel Monodetox- und Tritox-Produkte aus dem Hause Natugena. Mein Bonustipp, ausreichend trinken. Intermittierend fasten, zum Beispiel im Zeitfenster 16 zu 8 oder gerne noch enger. Zwei bis drei Mahlzeiten am Tag, keine Snacks. Ja, im dritten und letzten Teil sprechen wir über einfache Möglichkeiten, deine Organe aktiv zu entlasten und zu entgiften. Also, bis morgen, bleib dran und mach den schönen Tag. Bis dann, ciao. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter palio-lounge.de slash gh. Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de slash gh und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de slash gh20 die Shownotes der Episode 20. Wenn dich der heutige Impuls weitergebracht hat, dann gib mir bitte ein Feedback und schenke mir deine Rezession auf Facebook oder iTunes. Wie das funktioniert, erfährst du in meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung unter palio-lounge.de slash podcast minus bewerten. Diese Bewertung ist wichtig, damit auch andere Menschen von den gesunden Häppchen probieren können, um ihre Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Ich wünsche dir viel Erfolg auf dem Weg zur besten Version von dir. Bleib gesund und bis bald, dein Sascha Röhler.